Pauk ist ein Fallinstrument. Das ist ein von den wichtigen Instrumenten als Morcasta. Das war also der wichtigste Spiele-Dirigent. Ob der Pauk kannst du die Dave-Note spielen, kannst du aber auch Heusch-Note spielen. So gut kann die Klang-Volodien drauf spielen. Moin, ich bin Jérôme und heute ist ein Klang-Trom. Klang-Trom ist ein von den wichtigen Instrumenten, wie man Perkussier und Rhythmus lernt. Wenn man das lernt, kommt die Musikschule und dann kann man auch mir Klang-Trom spielen. Moin, ich bin Sven und heute ist ein Marimba. Das ist ein Instrument aus Afrika und das aus Holzgemach. Hierher können wir ganz schöne Melodie spielen. Und wenn der Dave auch will klären, dann kommt an der ersten Musikschule Aschardich an. Ja, Moin, das ist eine Bömer. Ich schrieb Patrice Korn an der ersten Musikschule, der für Meldisch und für die nächste Tour. So, wir spielen jetzt die erste Version von Johann Sebastian Bach, von Pauk aus der Marimba. So, wir spielen jetzt die erste Version von Johann Sebastian Bach, und wir spielen jetzt die ersten Musikschule. Okay, wir sind Perkussionisten Wir sind als der Erste nach einer Musikschule. Aber wir spielen jetzt nur einen schönen Steck von Erik Dürer. Das ist Erik Dürer. Wer ist dein Steck, Erik? Calypso, St. Thomas. Let's go! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018